Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video, ja. Ich habe mir ein neues Format überlegt, was sich jetzt noch langweilig anhört, nämlich Talk-Runde. Und zwar, ich möchte das machen, da ich jetzt keine Lust auf Infovideos habe, weil die so ein bisschen langweilig sind. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache daraus gleich ein ganzes Projekt. Ein Mainstuhl-Projekt mit dem Spielmodus Hardcore. Hier können die weiteren Settings sehen, mit einem großen Biome und der Seed ist Brain Defect. Wir spielen in der Minecraft 1.5 wegen dem Shader, den ich noch gleich einstellen werde. Deswegen neue Welt erstellen und ab in ein neues Abenteuer. Ja, was ich hier erstmal heute ansprechen möchte, ist das neue Projekt. Drave heißt es, oder wird es heißen. Es ist ein Hexit-Projekt. Und, ähm, hallo. Ah, so. Und das ist, äh, wie viele andere YouTuberen, wie zum Beispiel bei Kadex oder Shapecraft oder Demido und vielen anderen wirklich verdammt guten YouTuberen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich freue mich schon richtig auf dieses Projekt. Aber, welchen, welchen nehmen wir? Ach, nehmen wir einen normalen Shader? Ja, geht's? Ja, es geht. Ja, es geht. Ja, dann nehmen wir den, nämlich auf dem ganz normalen Shader. Oder, soll ich den nehmen? Soll ich den nehmen? Das ist hier die Frage. Soll ich den nehmen? Nehme ich den? Oder doch einen anderen? Ach, Ultra. Ja, ne, es bleibt mir ein bisschen zu arg, obwohl das schon richtig geil wäre. Jawohl, das geht eigentlich. Von FPS geht's eigentlich. 30 konstant. Ja. 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 Ähm, dann möchte ich den, nämlich, ansprechend zum Video-Projekt. Es wird zwei Städte geben. Und, ähm, ja, mehr gibt eigentlich nichts zu sagen, eigentlich, dass das Projekt richtig episch wird. Es wird höchstwahrscheinlich noch ein Trailer folgen. Also, höchstwahrscheinlich auf jeden Fall. Ähm, weil ihr wirst schon ein bisschen Hype aufbauen und sowas. Ne, und, äh, jo. So, dann möchte ich, äh, noch etwas ganz, ganz Wichtiges ansprechen. Und zwar über den Upload. Und zwar, bevor ich jetzt weiterrede, müssen wir mal schauen, wo ich mich niederlasse. Ja, aber hier, hier am Strand, das ist so ein kleiner Strand, das wäre schon richtig nice. Aber, hm, 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 ja. Ah, ja, Wald. Ich glaube, ich glaube, es ist ein bisschen weiter weg, weil ich bin eh hardcore. Das ist von dem her, oh, Kühe, 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 wegschubsen, wegschubsen, wegschubsen. Danke. Ähm, vielen herzlichen Dank. Und, äh, ich mach's mir den anderen Shader an. Standard Shader Pack, wie sieht der aus? Nur Schatten. Hm, mach einfach keinen Shader an. Weil ich, weil ich momentan noch mit Fraps aufnehmen muss, in Anführungsstrichen. Äh, ich muss überlegen, mit was ich aufnehmen würde. Vielleicht mit Shadowplay, aber das muss ich ein bisschen einstellen, wegen Minecraft und sowas. In Shadowplay ihr wisst, oder manche vielleicht nicht, weil manche AMD Grafikkarten haben. Ähm, die haben, mit Shadowplay kann ich Minecraft aufnehmen. Ähm, und Shadowplay ist wirklich eines der besten Aufnahmenprogramme, wie es es wirklich gibt. Weil, man hat fast gar keinen FPS-Verlust. Und deswegen, jo. Okay, was wollen wir mal ansprechen? Irgendwas wollen wir gerade eben nochmal ansprechen. Ja, ich glaub, ich geh's da runter. Ja, ich brauch Cola auf jeden Fall. Deswegen müssen wir erstmal da runtergehen und schauen, ob dort noch irgendwelche bösen Monsters sind, die uns irgendwie vernichten wollen. Okay, es geht ziemlich tief rein. Nehmen wir erstmal unsere Erde, graben uns hier ein kleines Schutzschild, falls irgendwelche bösen Monster von oben kommen. Man weiß ja nie. Vielleicht kommt sie ja, ähm, vom Himmel gefallen, um mich zu überfallen. Und dann mich das eine Loch darunter zu schubsen. Schubsen und, ja, ihr wisst, was ich dann sagen werde. Egal. Äh, ah ja, wegen Uploadplan. Äh, ich hab mir jetzt ein Ziel gesetzt, ich wäre ungefähr alle zwei bis drei Tage, dass da ein Video kommt. Ähm, weil ich bin momentan nicht ganz so zufrieden jetzt mit meiner Uploadrate. Also, mit der Qualität bin ich persönlich zufrieden. Es geht noch besser auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt momentan für meine Zustände ist, bin ich mit der Qualität auf jeden Fall zufrieden. Äh, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ähm, aber bitte nicht so, ey, du Otto, du sparst. Ähm, das ist eine riesen Scheiße. Sondern einfach so, äh, könntest du bitte, oder, äh, bla bla bla, was weiß ich, äh, bessere Facecam kaufen. Was ich eh bald vorhabe. Ähm, und dann, äh, dann nehme ich das gerne zu Herzen. Weil, äh, über, äh, konstruktive Kritik bin ich immer offen. Und, äh, nehme ich auch sehr gerne an. Weil ich möchte ja auch, dass die Videos euch gefallen. Und nicht nur mir. Ach, wisst ihr was? Wir machen uns erstmal tonnenweise Fackeln und gehen dann, äh, machen uns erstmal einen Ofen, wegen dem Fleisch. Und dann gehen wir gleich mal in die Höhle rein. Wegen, äh, Eis und sowas. Und dann könnten wir uns dann noch gleich was suchen. Oh Gott, ich darf kein Risiko eingehen. Wie ist Hardcore-Mode? Und, äh, ja. So zwei bis drei Tage, alle zwei bis drei Tage im Video. Äh, natürlich der gewohnten Qualität. Das bedeutet, mit Thumbnail oder mit, also auf jeden Fall noch mit Beschreibung und dem ganzen, äh, zusätzlichen Zeugs da, was, äh, Werbung, YouTube Money. Und, ähm, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, da geht es sehr tief rein. Very deep. Very deep auf jeden Fall. Und Denglisch ist voll mein Trend. Können wir da irgendwie runtergraben? Ja. Es sieht schon mal vielversprechend aus. Ja. Mal schauen. Vielleicht mit unserer richtig schön braune Erde. Ja. Ja. Ich höre Lava. Und Skelette. Okay, also, das ist schon mal ein sehr, sehr freundlicher Empfang. Äh, so bin ich es immer gewohnt. Also, ich gehe irgendwo rein. Also, ich gehe irgendwo, in ein Haus rein. Zum Beispiel von einem Freund, zum Beispiel. Ja, äh, dann schmeißt die Mutter natürlich, äh, gleich sofort ein Alarverheim auf mich und, äh, gibt mir ganz viele Knochen und Skelette. Und, was weiß ich noch, was für eine, äh, scheiß Zeugs. Aber egal. wir brauchen erst mal uns eine Steinspitzsacke zusammen mit einem Steinschwert. Das tun wir auf den ersten Slot, das auf den zweiten Slot. Wir könnten uns damit einen Helm craften, weil wir stylisch sind und in dem Helm ganz heimlich Beats versteckt haben. Und Ah, jo. Die wirkt bestimmt auch noch mit, weil R5 Holz. Ah, ich weiß nicht. Soll ich noch Holz hohen gehen? Soll ich noch Holz hochgehen? Mh. Sicher ist sicher. Ihr wisst schon. Ich spiele Hardcore und, äh, ich habe keine Lust noch eine neue Map anzufangen, weil es ein bisschen dauert. Naja. Dreimal auf Holz gekloppt. Oh, sehr schön. Ich glaube, ich habe öfter drauf gekloppt. Also, da muss ich viel verzählt haben. Also, äh, wenn schon, hä? Bitte schön. Okay, ein Baum sollte eigentlich ausreichen. Schauen wir mal an. 25 Holz. Überlegen wir mal. Erreicht nicht ganz. Ich fürchte, wir müssen noch einen Baum fällen. Tut man halt, liebe Natur. Aber es muss sein. Ich muss hier ein paar Bäume rausreißen, weil ich daraus Holzplanken bauen muss, um dann mir Sticks zu bauen, um die mir dann eventuell Diamantschpitzhacken zu kaufen. Nein. Bauen. Nicht kaufen. Ich verdiene leider noch gar kein Geld mit YouTube, deswegen kann ich mir keine Diamantschpitzhacken kaufen. Aber vielleicht irgendwann mal in ein paar Wochen, Monaten, Jahre, Jahrzehnten. So. So. Geht, da geht's einfach runter, runter. Da geht's runter. Oh. Damn. So, da hin. Da hin. Und da hin. Okay. Lava, da geh ich gleich erstmal weg. So. Ich mach immer erstmal rechts. jetzt. Los, 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 los. Scheiße, Creeper. Oh Gott. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Scheiße. Au. Fuck. Weg hier, weg hier, weg hier. Okay. Okay, chillen, chillen. Okay, ich hab Zeit. Es war nur ein Creeper. Es war nur ein Creeper. Okay. Es war nur ein Creeper. Okay, ähm. Ich glaub, ich snack mir kurz mal das Eisen hier weg. Und mach jetzt ein paar Eisen Sachen. Ach du Scheiße, ich werd eben erschreckt. Diese Spinne. Ach du Scheiße. Ähm, Mr. Spyder, es wäre vorzüglich, äh, wenn du weggehen würdest, weil, naja, ich sag immer so, deine Stimme, jetzt hält ich dir grad die sexigste. Aber deswegen, naja, können wir uns vielleicht einen Kompromiss einigen, dass du woanders hingehst und ach, Johnny, ihr wollt mich trollen. Ich renn wegen einem Creeper weg und jetzt kommen gleich zwei Creeper auf einmal. Ja, nee. Spiel. Ach. Oh Gott. Ich dacht schon, der wär in der Wand drin. Ach du Scheiße. Ihr wollt nicht wissen, wie paranoid ich grad bin. Okay. Rein. 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 Oh Gott, Scheiße. Ein Tommy mit Knau... Ein Schwert. Okay. Zombie tot. Zombie ohne, äh, Kopf meinte ich. Äh, ohne Helm. Äh, Kopf, Helm. Scheiß drauf, eh das gleiche. Ein Enderman. Okay, Scheiße. Weg damit. Oh, Scheiße. Noch ein Zombie. Den hab ich. Okay. Okay, hab ich. Ach du Scheiße. Oh, Skelett, Skelett, Skelett. Enderman. Nein. 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 Ja. Äh. 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 Warum? Äh. Okay. Okay, ja, Holzdusen-Modus aus, Einzelspieler und ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns und hoffentlich können wir dann auf der einen Welt länger bleiben als nur ein Part. Ja, deswegen, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's besser. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal.